Frau Trautwein, Sie sind Gründerin und Geschäftsführerin von CateColor, der Farbmanufaktur hier in Uster. Seit Bestehen Ihres Unternehmens sind Sie mit Fälschung konfrontiert. Können Sie uns kurz erklären, was Fälschung bei Ihnen bedeutet? Leider stimmt es. Wir zeichnen uns aus einerseits durch unsere Farbkollektionen, wir erforschen historische Farben, wir suchen spezielle Pigmente, wir schreiben die Geschichten zu den Farben, wir geben unseren Farben Namen wie Hosa, Meer oder Pains, Grau, die wirklich eine tiefe Bedeutung haben. Uns werden einerseits die Geschichten und historische Hintergründe gestohlen und umgeschrieben und auf ganz normale Farben drauf gepappt und es werden auch unsere Farbnamen und sogar manchmal CateColor vorgeschrieben. Auch Farbreimer, in denen ganz konventionelle, industrielle, abgetönte Farben drin sind, die überhaupt nicht sich im Raum entfalten, die andere Inhaltsstoffe haben, die ganz anders pigmentiert sind als das, was wir machen. Hier sehen Sie den Unterschied in unserer Prüfbox. Auf der linken Seite ist die nachgemischte Farbe, die Fälschung, auf der stand zwar CateColor, aber es hat mit uns gar nichts zu tun. Und hier ist die Farbe aus unserem Ultramarinen-Blau-Pigment, die echte CateColor-Farbe. Ich denke, der Unterschied ist offensichtlich. Wie gehen Sie dagegen vor? Wir bleiben kreativ. Also wir geben immer wieder neue Farben raus, die wir erforscht haben und die sind im ersten Moment mal nur bei uns erhältlich. Und wir geben unsere Farben immer mit Echtheitszertifikate raus. Wir beliefern nur ausgewählte geschulte Malerbetriebe und nur die, die bei uns auf der Webseite sind, haben wirklich unsere Originalfarben. Wir versuchen eine Sensibilisierung für dieses Thema, das meiner Meinung nach extrem unterschätzt wird. Aber der rechtliche Spielraum, um gegen solche Fälschungen vorzugehen, ist relativ gering, oder? Es ist gering, weil man Farben nicht patentieren kann. Wir können, der Farb KT ist geschützt und CateColor ist geschützt und man kann nicht einfach auf den Farbeimer von einem anderen Hersteller CateColor draufschreiben. Es ist viel wichtiger, Kunden zu finden, die den Unterschied kennen und die sagen, ich will es original haben und nicht eine Fälschung und ihnen den Unterschied klar zu machen. Das ist eigentlich für uns der viel erfreulichere und lustvollere und produktivere Weg, um mit dem Thema umzugehen.